hey freunde willkommen zum heutigen test und zwar heute sind die dumm bumm rohre dran von classic natürlich wir haben hier eine nem von 80 gramm auf das ganze paket und ich würde mal sagen schauen wir uns die teile mal an wie sie so sind und dann sehen wir uns gleich draußen zur zündung der dumm bumm rohre preislich übrigens fünf euro das paket bis gleich so freunde haben wir noch diese dumm bumm rohre und da würde ich mal sagen zünden wir mal alle weg zehn stück in der packung packung hat fünf euro gekostet f2 natürlich jetzt habe ich den feuertopf ja nicht drauf sah auf jeden fall sehr schön aus sind sehr gut eigentlich ja die gefallen mir für fünf euro ja jetzt sind es noch vier was jeder zwei hast du ein elektron ne 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 Wie gesagt, 5 Euro, das 10er-Vacet für ungefähr 5 Euro, das sind so mittlerer Sittich. Ja, das war's vom Test, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ja, das war's vom Test!